Wartet mal auf mich Lass uns reingehen Ja, ich mit 15 HP Ja und? Wo willst du HP herkriegen? Jowee, hier ist noch was für dich Jowee So, hier ist was für dich Ja, warte So, Ascana, warte auf die anderen Ah ja, danke Okay Ich hab meine Sniper wieder Ich bin ein bisschen aufgeregt Gerade, Kinders Oh, da ist es Oh Alter So ein Ding haben wir doch schon mal irgendwo gesehen So ein Kadaven oder sowas Kann sein, aber es ist verdammt hässlich Ich find ihn hübsch Und sein Maul gefällt mir nicht Da fehlt irgendwie der Unterkiefer Rack Hive Rack Hive Rack Hive Rack Hive Oh, Taschenformat Jetzt schießt du noch Racks ab oder sowas? Alter, das ist der riesig So, hier Kleiner Kompelhive vom Bild Kommen noch Racks zu So Ja, da fällt der Kerl aber wenig aus Ja, das kommt der Trubender Dann Ja, das geht aber Ja, das geht aber Ja, ja Ist alles noch im grünen hier Oh, jetzt kommt irgendwas Oh Oh, da Ich hab ihn Oh, da Dann geht er down Aua Aua Alter Oh Oh, schade Das war irgendwie viel zu leicht Oder? Ja Ich hoffe, dass das so ein hässliches Riesisch war Was irgendwie Oh, was ist das hier? Das ist was für ein Flow, glaube ich Das Hier ist ein Schild mit einer Säure Nova Wenn's kaputt geht Zieh dir das an Ich hatte meinen Namen Ja Äh, hier die Epic Waffe Wenn sie dir gefallen Das Ding ist zwar kein Epic aber Das Ding ist Epic 80, 64 Also ich weiß nicht wie es aussieht Na, aber Gucken wir doch mal Ich hatte auch ein Level Up Ich skil mal schnell Ja, mach mal Hm, was haben wir denn da noch? Ohne Schild nehme ich mal hier Das ist ziemlich gut Ah ja So Da Geben wir als nächstes drauf Also wenn's schneller schießt als das andere Werd ich's behalten Gucken wir mal Jo Gekauft Schau mal hier, da Der fängt schon an zu verrotten Oh, das geht ja schnell Jark Ah, geil Da drin Da wabert noch so ein bisschen Das eingeweilte Zeugs Sehr sexy übrigens Mhm Wir müssen übrigens da vorne in die Kammer rein Die Kammer Ja, ich muss grad nur noch hier Muni einsammeln so Jetzt bin ich soweit Muni ist ein fieses Wort, weil ich so wenig hab Da kann man Schlüsselfragment brauchen wir Oh, oh Kommt da was raus? Ja Kann's aber nicht angreifen Nein Aber man versucht's ja trotzdem Ja Irgendwie Irgendwie schon Sieht man angreifen Ich glaub das ist Level 13, what the fuck Ja, die Racks sind nicht stark, ne? Ja Ja, für Masse Ja Da war das Fragment Das ist ein Kleingeld Also hier diese Opfer Alta oder was ist das hier? Das ist voll ekelhaft Ja So Kannst du abliefern gehen? Abliefern, und zwar wo? Irgendwo zurückgehen Ich glaub dich jetzt mal Wahrscheinlich Gebietswechsel Ja, natürlich Ich will mal dahinten noch zu diesem Leichtum oder was das ist, guck Wir brauchen ja keinen Gebietswechsel Hm? Doch, klar Ach doch, da unten ist ein Porto Ja Wir müssen zu Thanos zurück Wie Aber wir haben das nächste, wir haben das nächste Fragment halt, ne? Ja Also müssen wir zu ihr So Kann man sich da irgendwie hin porten oder so? Ich glaub das dürfte sowieso das letzte, das andere Gebiet sein, wo wir dann hinkommen, oder? Ja Ja, aber ich würde schon gerne gucken, ob es hier nicht irgendwo ein Port gibt, aber sieht nicht so aus, ne? Ja, Port ist dann wenn dann am Eingang Ja Ja Zum Gebiet und da können wir auch den normalen Ladescreen starten So 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 Aber ein Auto gibt's ja auch nicht in der Nähe Ne Das ist ja auch ein kleines, äh, Untergebiet Ja, stimmt Ganz kleines Hast du ihn wieder vorbei geflasht? Der Juni wieder vorbeigeflasht Der Mann nannt ihn auch Flash Flashgarden Flashgarden Für die Macht von, äh, was war das? Greyskull Nicht Greyskull Aber das war noch was anderes, ne? Das war He-Man, oder? Ja Jo He-Man Ich bin He-Man Ich bin G-Man. Nee, warte, warte, wie war das? Mein Name ist Adam. Und ich komme aus Eternia. Als ich eines Tages mein Zauberschwert gen Himmel regte und sagte, bei der Macht von Greyskull verwandelte ich mich in He-Man, den stärksten Mann des Universums. Und dann kommt das epische Intro. Und dann kommt ihr. Ich finde es sowieso so krass, ne? Weil wer von euch macht das nicht, ne? So morgens nach dem Aufstehen nehme ich auch immer als erstes mein Zauberschwert, regge es gen Himmel und sage, bei der Macht von Greyskull. Was du morgens mit deinem Zauberschwert machst, das will ich gar nicht wissen. Ja, das muss man machen. Bei der Macht von Morgenlade. Hart ist der Zaun der Biesamratte, doch härter meine Morgenlade. Oh Mann. Gummibären Hüften hier und da und hier und da. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Oh, Juvie ist explodiert. Schon wieder? Juvie ist explodiert. Juvie ist immer noch halb tot. Ja, aber hier ist eigentlich eine Midi-Pack-Station, wo man sich Heil und Kauf empfohlen kann. Bastel sich mal ein. Das ist jetzt gerade egal, oder? Steige ein. Oh. Wie viel kostet der? 119.000. Oh. Nee, das mache ich später. Ja, ich kaufe das Ding. So, eine Sekunde. Ich muss nur kurz. Ich bin jetzt der Ranger. Ich steige einfach mal hier oben ein. Ich weiß nicht, von wer da fährt. Hör ab. Abfahrt. Dann müssen wir dann zu Tendetivt vor Tennessee. Wir müssen erstmal Richtung Norden. Haha, erwischt. Weiter in die nördliche Richtung. Miau. Das ist der Nachteil, wenn du mit der Maus lenkst, wenn du nach hinten gucken willst. Warte mal, hier liegt noch irgendwas. Das sieht aus wie was. Jups. Das liegt geil. So, ich schmeiß jetzt erstmal alles hier hin, was nicht für meine Klasse ist. Ich habe nämlich noch so einen Mod für einen Ranger. Was ist das? Ja, sehr klar. Hey, Juvie ist ein Medikid für dich. Übrigens, ihr zählt jetzt besser. Doch, besser geht er gar nicht. 44% besser. Halt, jetzt habe ich einen Fahrersitz. Flo, warte auf mir. 3 Meter zurückfahren, also du musst bloß da zu dem anderen Ding. Ich bin hier. Ja, du wartest wirklich auf mir. Pam. Wir warten auch auf dich übrigens. Loading Screen, it is a loading screen. Düm, didüm, didüm. Und jetzt die Hebelfigur. Komm, Juvie. Herrlich, schön. Und jetzt liegen wir zusammengeknüllt auf dem Bett. Sehr geil. Hier aber also. Weg da. Da kommen wir einfach nicht rum. Einfach hier rechts lang. Rechts lang, meine ich. Immer der politischen Gesinnung nach. Immer konferdannter rechts lang. Da kommen wir durch. Nein. Oder auch nicht. Das Gute kann man so richtig schön die Fresse halten. Ich habe gerade keine Scooter-Meldung. Ich bin voll glücklich. Wir sollten vielleicht mal zu Scooter gehen und einfach alles in den Quests annehmen, oder? So wie du wirst verfolgen. Ja. Ich habe gerade irgendeine Folge bekommen, wir kommen sie wieder. Ich steige mal aus aus dem Auto. Warum? Schau mal auf das Leben vom Auto. Ja, ich bin schon raus. Warum, wie sie erwischt? Ich glaube schon, oder? Ich auch. Hallo, Stein. Nein. Ein EP. Für den Stein. Sogar zur Menge. Nee, für Rags. Aber das Vieh gerade fand ich echt geil, irgendwie. Das Riesenvieh, diesen Rack-Hive, der war cool. Aber das ist sehr seltsam, dass Rags aus einem Rack kommen. Ja. Ist eben so. Das Set ist jetzt fast vollständig. Nicht ohne mein Claptrap. Rette Claptrap in Old Haven. Ja, rettet ihr mal. Ich bin mit ihr anderweitig. Ich muss noch was besprechen. Wir müssen wieder das Gebiet wechseln. Hey. Das stand dann eben aus hier, Bitch. Ich bin stolz auf dich, Flo. Also ich hoffe, dass ein Gebietswechsel wurde auch mal in Borderlands 2 da endlich mal bereinigt. Dass man da nicht so viel wechseln muss die ganze Zeit. Weil ich finde, das ist schon ganz schön störend irgendwie. Ja, die ganze Zeit. Aber gut, das ist halt auch von der Größe von den Gebieten her abhängig. Naja, schon. Also das ist schon auch verständlich, aber ja. Es ist stört. Es unterbricht den Spielfluss immer irgendwie so. Fahr los. Ich mach mal kurz Platz. Hey. Da, ah, du wartest. Bin drauf. Das war noch nicht drin, aber drauf. So. Genau, fahr du mal eben. Nächster Loading Screen. Wee. Das ist doch scheiße. Ja. So, Wurm. Bei dir wird jetzt auch Licht ausgemacht. Jetzt hat der Digardo den Hosen schnell mal zugemacht. Hätte ich gerade nichts getrunken, hätte ich das gesagt. Ja. Wir verstehen uns bei allem. Wo müssen wir eigentlich hin? Wollt ihr nicht. Ich überte, Moment, jetzt mit. Achso, nächste Loading Screen. Ja, genau. Auch zum nächsten Loading Screen. War die Strahlen da vorne auch schon da? Glaub nicht. Äh, nee. Drauf schießen. Die Welt verändert. Die Welt ist im Wandel. Die Welt ist im Wandel. Fliedchenarren. Achso, wir müssen da hoch. Was? Nach dir fliegen. Genau. Ah. Pong. Müssen wir hier rein? Ja, geil. Das sieht nach so einem Dungeon aus oder irgendwie sowas. Das ist Old Haven. Was? Ein Dungeon? Da haben wir auch eine Quest, dass wir Old Haven erforschen sollen. Ja. Old Haven. Oh, cool. Ich will auch so eine Maske. Ich will auch so eine Maske. Ich will auch so eine Maske. Der Mann mit der Maske. Dann heißt du Sido, oder? Oh, oh. Das sieht ja vielversprechend aus hier. Ich freue mich. Sprech. Das ist die Tür aufgegangen. Ich war es nicht. Hauptsignale löschen. Ja, ja. Hier kann man sich porten. Mach mal einer die Tür auf. Wieder raus. Mülltonne? Ich bin weg. Tschüss. Oder hängt einer? Und was machst du so den ganzen Tag? Ach, ich hänge hier so rum.